Jungs, Jungs, die Ghostbox muss einer mitnehmen, die Geisterbox, also hat jemand geschaut, wegen die Temperaturen, wie kalt ist es unten? Keine Ahnung, man. Ja, warte, ich nehm das Ding nochmal mit. Ja, die Geisterbox. Ich hab die mit, ich hab die. Soll ich das Stäbchen? Ja, ja, ich hab die schon. Nimm die Geisterbox mit. Ja, alles gut. Nimm die Box mit. Gehuntet. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Will ich, dass sich das Ding so bewegt, oder? Ja, die ist einfach nur geil, die reizt halt wenigstens ein bisschen, weißt du, ich bin rein. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Ja, geh, hier lang, du bist vor. Hier ist Dining Room. Ja. Warte mal. Oh, da ist er, da ist er, da ist er, links, links da war einer. Hast du ein Foto gemacht? Nein, da ist es hier. Wir sind keine Foto gemacht. Jungs, wir haben auch ein Foto, Mann. Bure, Schade. Mein Gott, das war so ein Kind, das war ein Kind, das war ein Kind. Lauf du Horn. Bro, 6 grad, 6,1. Oh, mach, das Auto, mach, da ist er! Oh, da ist er. Ja, dann. Was, da ist er, da ist, raus, raus, raus. Ah, schauss, wir sind zusammen. Oh mein Gott, guckt euch das Bild an. Oh mein Gott, so süß. So süß. Ich hab das Ding gar nicht gesehen, Alter. Ja, das ist von mir weggenommen! Psycho. Psycho, genau. Psycho, genau. Sorry, Bruder, sorry. Stell mal die hier hin. AHHHHH! Was ist das? Er ist dich schon dreimal gezeigt, Digga. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Da kommt jemand, da kommt jemand. Das Ding handelt, das Ding handelt. Die Tür, die Tür ist kaputt. Die Tür ist kaputt, die Tür ist kaputt. Korn, Rudi! Ey, die ist da drinnen, Bruder! Die holt den Rudi! Fickt die den? Nee, Bruder, die steht da nur drinnen, oder? Steht da nur drinnen, ja. Jungs, bei Gott habt ihr meinen Schrei gehört? Ja. Wer hat meinen Schrei gehört? Ich glaub, ich glaub ich. Ich will nie wieder mehr reinmachen! Nie wieder mehr! Ich bin erstmal weggenannt von dem Vieh mit Ghostbusters, Musik weil ich nicht ausmachen konnte. Ich schreie die ganze Zeit. Und das Vieh dann an mir vorbei. Ich versteck mich hinter Kühlschlag, das Vieh guckt mich an, alter. Mach mal bitte, mach mal bitte, mach mal bitte dein Video von... Mach mal bitte dein Video von... Nee, mach mal ja! Keine Ahnung, ich hab das nicht. Da drüben ist sie an der Tür. Mach mal die Tür... Oh mein Gott, die Tür ist zu! Ja, ist doch geil, Bruder. Die greift an, Bruder, die greift an. Die will mich! Mach aus, mach aus, mach aus! Die fickt dich! Die fickt dich sonst! Das kleine Ding fickt dich! Mach aus! Ich fick das für deine Ding so rum! Ich hab's gesagt, Alter! Ich hab's gesagt, Alter! Ich hab's gesagt, Alter! Ich hab's gesagt, Alter! Oh, die kommt! Ich krieg Anruf, Bruder! Ich krieg Anruf, Bruder! Was macht's sein, Alter! Hu-h-h-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-haaaaa! Ahot, noch nicht allerdings... Ich hab's gesagt, du Leute! Der wollt jetzt einsperren! Hallte! Loh leipzig! Die Schlampe heißt... Dona Martinez, Dona Martinez, Dona Martinez... Jetzt chill kurz. Dona Martinez, Dona Martinez... Mahlzeit! Dona Martinez, Dona Martinez... Dona Martinez, Dona Martinez, Dona Martinez, Dona Martinez, Dona Martinez, Donas Martinez, Donas Martinez... Warte, wir kommen hoch! Keine Ahnung, Bruder, ich komme jetzt auch wieder hoch. Warte, wir kommen hoch! Warte, hallo! Warum platzierst du den im Gang, du Vollidiot? Dona Martinez... Ah, die war da, die war da, Bruder! Oh, Junge, Junge, Junge! Fick, 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 Fick! Die Tür ist hoch, die Tür ist hoch, die Tür ist hoch, die Tür ist hoch! Die Tür ist hoch, die Tür ist hoch! Die Tür ist hoch, die Tür ist hoch! Ahhhh! Ahhhh! Dana Martinez! Mach nicht los, mach nicht los! Jungs, Jungs, ich komme nach oben, ne? Auf einmal, der kommt aus der Tür raus. Ich habe mich umgedreht! Ich habe mich umgedreht! Gib uns ein Zeichen! Wie alt bist du? 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 Oh, fuck! Oh, ihr Nutten, 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 ihr Nutten! Oh, die ist jetzt sogar im Hunting Moses! Die ist sogar im Hunting Moses! Oh, Alter, ich hab sie richtig dran bekommen! Sie hat abgeschlossen, oder? Sie hat abgeschlossen, sie hat abgeschlossen! Geh nicht zu nah! Geh nicht zu nah! Geh nicht zu nah! Ja, ich weiß! Oh, er hunted! Ich hab ihn gesehen! Er hat mich! Er hat mich! Er hat mich, Jungs! Er hat mich! Hör doch ab! Du Bastard, du dreckiger! Aber ich hab sie, ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab ein Bild aber von ihr gemacht! Ich hab ein Bild von ihr! Ja, geht rein! Die Tür direkt zu, Mann! Ich hab ein Bild, Jungs! Guck rein! Wie haltest du? Komm mal runter, Puppe! Du musst weiter rein, Rudi! Du musst weiter rein! Ah! Geh rein, Rudi! Rudi, geh rein! Rudi, geh rein! Oh, ihr seid so ne Fotzen! Ihr seid so ne Hunde! Ihr seid so ne Hunde! Ah, ne! Ah, ne! Ihr fickt mich nicht, ihr Fotzen! Geh rein! Stell dich auf das Wujabrett und frag sie! Oh! Jetzt hast du den Bock! Ja, das ist sie! Komm doch! Komm doch! Nicht zu nah! Nicht zu nah! Du schnappst uns, ne! Nicht zu nah! Hä, wie ist das Licht da auch so ausgegangen? Keine Ahnung! Angegangen! Aber guck mal hier! Der IMF-Reader! Bruder, hör mal auf! Damit schiebt man keine Faxen! Ich höre! Weil am Ende komm ich da nicht mehr raus! Weißt du was ich meine? Heheheheh Er stirbt jetzt! Jo! Wo wär's denn denn mit drin?! Warte mal! Warte mal! Hör mal auf! Hör mal auf! Harrer ihr seid so ne Ficken! Ihr seid so ne Fotzen! Ihr seid so ne Fotzen, ihr seid so ne Fotzen Mach auf, mach auf, du Hund Mach auf Ihr seid so ne Hursöhne Ihr seid so ne Hursöhne, ihr seid so ne Hursöhne Ihr seid so ne Hursöhne, ich bin tot Ich fick euch alle Kommt, kommt, kommt Kommt, kommt Er ist so ne Hurshöhne Er ist so ne Hurshöhne Der ist so ne Hurshöhne